so, dann gucken wir mal, was wir weitermachen können. Ich denke, ich denke, wir konnten den Geist mal hinterher gehen. Da ist schon wieder so einer. Ich wüsste nicht, wer das sein könnte. Okay, wir reden mit dem. Hallo! Dich kenn ich doch. Die Außen ist Innenstadt. Guten Tag, Smokey. Es gibt also eine gute und eine böse Zweistadt. Das ist nicht das, was wir sind. Wir sind eine Stadt voll von Abel Twins. Ja. Wir sind nicht. Wir sind eine Stadt von halben. Und jede halbe ist verschieden anders. Einmal in der Mitte, einmal in der Seite, einmal in den kleinen Städten hier und da das zusammen zusammen zusammen. Einmal in der Halbe. Jeder ist anders. Ehh, sie haben recht. Ha, guter. Nein, sie sind traiter. Sie sind natürlich traiter. Es ist die ultimale Expression von Two Town, was es immer so war. Zwei Bürgerinnen und Zwei. Ehh, sie haben recht. Sie haben recht. Ich weiß nicht, dass der uns den Schlüssel bringt. Wir gehen mal weiter. Äh, ja. Ich fahre mir jetzt ins Metall direkt. Okay. Das kenne ich, glaube ich, schon. Ich wollte mal die... Das Altstadt führt. Okay. Wo sind wir denn? Ah, ja, wir wollen da lang... Wir laufen einfach mal. Dieses Kampfsymbol, wollte ich gerade sagen, gefällt mir nicht. Aber... Ich glaube... Sie sind... Royal Robotguards. Sie had to think fast. Sie had to roll the dice. So, was haben wir denn jetzt für Klamotte? Wir haben natürlich jetzt mehr Sachen in dem Etat. Den Bogen könnten wir uns eigentlich mal gönnen. Ne? Wir gönnen uns mal den Bogen. Hauptsache, weil wir sonst keinen anderen Schaden machen können. Außer mit der... Äh... Mit der Bombe. Guck mal, jetzt könnte ich jetzt sagen, das finde ich cool. Das möchte ich behalten. Und das heißt, ich packe hier einen Pin drauf. Und den behalte ich. Und der ist dann für die nächste Runde wieder da, weißt du? So. Na ja. Oh, du bist tot. Oh, du bist ja schon... Oh, da kommt dein Freund. Schade. So, POLIS Blatt. Wir werfen. Dann gucken wir mal... Also jetzt, diese Off-Side ist natürlich ein bisschen doof. restrictionsurisch wäre natürlich klasse. Aber wir kaufen uns das Schwert. Und äh, ja... Sonst nichts. Alles klar. Dann gären wir mal rüber. Tipp. 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 Guten Tag. Oh, wir haben zweimal diese Kühlung, dass das Schwert nicht kaputt geht. Aber da haben wir es kaputt gemacht. Das ist ja sehr klug von mir. Naja, wir haben ja noch ein paar Brüder im Schützen. Ja, daneben. Ich kann keinen Schaden mehr machen. Hier. Oh, wir können jetzt ein neues Schwert holen. Sehr schön. Ah, wir machen das mal. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Einfach nur, weil ich es mal machen will. Ah cool, da kommt sogar noch einer. Weil. Aua. Sollte mal wieder ein bisschen besser ausreichen, oder? So, dann würde ich sagen... Oh, wir können die Bombe einfach so... Ich will den Tetraeda mal machen. Oder den Ikosaeda. Ich schick dir mal einfach so. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wir spielen den mal. Und äh... Ich hätt' gerne, dass meine... äh... Dingens besser wäre. Eine Fletsche. Damit ich auch Schaden machen kann mit der Fletsche. Das würde mir sehr gefallen. Äh... 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 Das heißt, man hat nicht irgendwann den Moment, dass man keine Karten mehr hat. Das wär' ja sauöde. Oh, mein Schwert ist hier noch kaputt. Eieiei, ich mach' das Schwert immer so schnell kaputt. Oh, wir hätten... Ich mach' das nochmal, weil ich's witzig fand. So. Na toll, der ist sofort weggerannt. Mano, 110 Münzen, trotzdem gut. Zwar ein bisschen Overkill vielleicht. Ich geb' es zu. Ich geb' es ja zu. So. Einmal eine Münze. Äh, ein Schlüssel natürlich. Eine bronzene, verzierte Quer-Tour, die sich geschworen hat, ein ganz bestimmtes Schloss zu öffnen. Ah, alles klar. So. Dann werden wir mal gucken, welches Schloss wir denn öffnen können. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich weiß, welches Schloss wir damit öffnen. Hm. Hm, hm, hm. Ich will nochmal eben kurz, bevor ich das Schloss öffne, mal schauen, ob ich nach Manny nochmal zurück renne. Ah, der hat oben noch den versteckt. Ah, der hat oben noch den versteckt. Ah, never mind. Trade for a new one with me. Oh, many dicks. Okay. Okay. Okay, man hat nämlich nur 140. Äh, schade, den kann man nicht. Äh. Ja, ja, die Zeitfalle... Will ich überhaupt erst kaufen. Also ich finde, das hier glaube ich ganz cool, das kaufe ich nochmal. Äh, einfach nur, damit wir ab und an mal, ja, einen umsonst Token kriegen. Hauptsächlich, das liegt halt darin, wir haben bei dem, der hat im Moment nur einen, oder eins. Der hat eine Eins kann er nicht würfeln. Der kann eine Eins würfeln. Und das war's. Hm. Und ich hätte gerne mehr. Mehr, mehr, mehr. Gib mir mehr. Türchen auf und weiter geht's. Ah, ist klar. Ich hab's ja nicht gefragt, aber... Okay. Was ist der denn am, am, am meckern? Und außerdem, hat meine Frau eigentlich am Nacken da? Oder das Mädchen? Äh. Ganz komisch, irgendwie. Sock, Tupac. One for each of you. It's the perfect pair for the perfect pair. Hm. Okay. Hab ich gern. Ah. Are you all already wearing socks? Ah, das ist doof. Come back when you need new ones, kid. Are you old parents around? Bring them back with you and tell them to bring their money. Okay, ich glaub, wir kriegen keine neuen socks. Obwohl die schon sehr, sehr stinken dürfen. Hey, Dad. I'm selling crispy twigs. I got super juice here. Do you want a free sample of super juice? Too bad. Äh. Hey, good. I'm running a business here. No freebies. Doch, ich hätt gern was umsonst. Sorry, Kate. I am Kostumers only. Crispy twigs. The crispiest in town. Tag. No party panky. Right, that's the ball. Deal the boy. Deal the ball. Oh. Timmy auf den Punkt. Warum so traurig, Timmy? I need inspiration. I'd trade my Gobble Gregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading. And I want to push the art forward. Trading Gobble Gregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Or, say, you wouldn't be willing to trade for that costume, your friend is wearing, are you? Tatsächlich? Nah, never mind. Whatever he's dressed up as, it's too close to a dice. No market for dice costumes. They're just as illegal and forgotten as the real deal. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Vielleicht tue ich das. Vielleicht auch nicht. Nee, natürlich, klar. Keep your eyes peeled. Okay, wir müssen also für ihn etwas finden, was er noch nie gehandelt hat. Hey, Timmy, irgendwelche spannenden Geschäfte, während ich weg war? Not the one. You wouldn't happen to have anything. Would you? Ich habe ein Wort, das ich tauschen würde. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? The bird. Eigentlich ist es ein Satz. Schatz, ich bin zu Hause. Oh, I've heard that before. It's a common phrase and common things don't have value, I'm afraid. No, I can't do anything with that. No trade, kid. Schade. Ich muss es nochmal. Hey, irgendwelche spannenden Geschäfte. You wouldn't have a word. Ja, okay, das ist, äh, schade. Schade, schade, schade. Ich muss es nochmal gucken, ob man das öftert friggern kann und andere Geschichten kriegt. Little Joe. Oh, okay. Okay, ich glaube, wir sollten, äh... Okay, ich glaube, wir haben ein Problemchen. Wir kommen da nicht so schnell hin. Hallo, hallo. Hallo, seid und gut. Schon klar, ihr seid Zwillinge. Induditably. Wir sind Twins. Wir finischen uns'n Sprachen. Wir doppeln uns'n Glück. Wir schütteln uns'n Wälder. Wir mittelma bloquen wir uns' uns'. Wir wälderwälder, Wir wälderwälderwälderw, WälderwET? Wälderwälderwälderw would? Wir sagten, die wir uns'otaalier dividen. Jep. Ich bin nicht! Wälderwäldern? Wir integriert ein מis iOS Wear? I Special, wie外 Wälderwälderwälderwälderwälderwälderwäld? uns beide nahe Helwig standen durch oben und die Schreitungen ein Alkohol da hat man den Lobby abzeit der Unterhaltung Kitzel Hohes Säcki Tüter das tun viele und dort gibt es Töder bei E-Pilz Tupin die Zürich Schüchelstürk im Moment ich dachte du mag sie Das tue ich auch. Sorry. Du musst mit meiner anderen Halbemann sprechen. Ich hasse es. Bei dir wechseln die Persönlichkeiten viel schneller als bei den anderen. Ja, das ist mein ganzes Ding. Aber eine Sache wird immer konsistent sein. Mein Liebe für die Abseite-Downtown. Es ist schön und groß. Ich hasse es. Die schlimmste Idee, die wir jemals hatten. Brillant in Bezug und Erfolge. Ein... Desaster in Wartung, das... ...sie alle glücklich machen. Dass sie einen Tag sterben, damit sie diese schrecklichen Monster-City entfernen können. Und dann gehen sie in den Himmel, das genau wie das neue Abseite-Downtown. Weißt du, es ist auch in Ordnung, wenn man etwas einfach nur okay findet. Du weißt, mein Doktor hat das gleiche Sache gesagt. Der Kind, der so überrascht mit den Abseite-Downden dieser Welt all the time, war nicht gut für mich. Ich nannte ihn ein insensitiver Low-Roller in der leften, aber vielleicht diese Zeit sollte ich hören. Die Geichten solltest du das wirklich tun, Herr Doppler. Wir gucken mal, ob wir da oben vielleicht jemanden retten können. Oder... Das ist ein Spiffy-Downden-Kostüm, Kind. Mein Grandmother hat mir gesagt, dass sie ihn... Okay. Ich finde es schön, dass sie alle... Also... Sind Wülfe-Kostüme jetzt illegal oder nicht? Weil sie sagt ja, die sind illegal, der eine da... Ich weiß es nicht. Guten Tag. Ah, das hat er nicht getan. Ah, das hat er nicht getan. Also, wir sollten vielleicht doch mal werfen. Wir haben ein volles Deck. Also, die Bombe will ich nicht. Ich will ein Schwert dafür. Hauptsächlich mein Schwert. Wie sonst eben das... Den pinne ich mir an. Und den behalten wir mal. Und dann schlage ich mal ein. Oh, wow. Ich war mal besser, ne? Als hat das Spiel seit zwei Stunden... Das Spiel seit zwei Stunden sagt, ich war mal besser. Damals. Wiss denn? Au, wow. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal hochführen. Jetzt. Hauptsächlich, weil wir da sehen, dehne dich gerne. Und das nächste Schwert. Und... Und... Ich stehe einfach neben... Also, ich benutze den mal, sonst ist der eh weg. Dauer des Schmiedeblings auch rum. Und den anderen lassen wir. Ich würfel mal, um mich zu heilen. Und den auch noch. Ich weiß nicht, ob ich das so mache, wie ihr das spielen würdet. Aber ich finde es gerade irgendwie witzig so. Es ist ein bisschen chaotisch. Das gestehe ich völlig ein. Wow. Jawohl. Das war super mit dem Oktahedron. Äh, Dodeka-Hedron. Little Joe, wir haben dich gerettet. Gern geschehen. Look, let me repay ya. With a deal. I'm looking to trade a weird looking four-sided skull for a Gubbelgregor. That'll be just the thing I need to Gubbelgregor my way out of future robot trouble. Denke ich auch. Ähm, was ist ein Gubbelgregor eigentlich? You don't know what a Gubbelgregor is? Ah, forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Okay, wir brauchen also irgendetwas, was wir eintauschen können gegen einen Gubbelgregor. Und mit dem Gubbelgregor zu Little Joe und der gibt uns einen, was war das? Ich weiß es nicht. Das wird jetzt schon kompliziert. Kompliziert her, so. Aber ich mag das. Ich mag neben Quests, die mache ich gerne. Vielleicht finden wir hier ja was drin. Und ich glaube, das ist Geld. Okay, dann sind wir einmal hier unten. Hast du dich in der Zwischenzeitung schon verbessert? Okay, have a nice und depressing day. Okay, sehr schön machbar. Der da hinten, der gefällt mir nicht. Dann klettern wir mal diese unendliche Leiter hoch. Ja, you look. ich habe es nicht drauf gehabt wie viel das war aber irgendwie war das frustrierend weil da nichts anderes war naja manchmal es gibt tage da gewinnt man und manchmal gar tage da verliebt man und am tag der gewinnt die anderen ok ihr kennt würfel nicht das ist das ist ein lorbruch in dich weil normalerweise müssten die würfel kennen weil er eigentlich jeder mit zwölf das ist jetzt triggert das hätte ich super ich habe ein neues wort aber es gab uns sonst also ich weiß natürlich nicht ob man sagt die man umsonst bekommt auch verkaufen sollte das natürlich aber ich glaube wir können da nicht weiter kaufen zwei stadtplatz ich möchte auch nicht aus Versehen zu weit laufen besser dass wir nicht wieder zurückkommen da sind eine ganze menge quests fragezeichen fragezeichen mr money sitzt da kann man eigentlich kann ich eigentlich später irgendwie reisen oder so schnell reisen nerf wir wollen desto oder ein die die das und nur eine 3 wird open es Hey, das ist doch die Punte. Ja, das denke ich doch auch. Okay, wir gehen dann mal wieder, wir sind hier nicht erwünscht. Brettspiel-Arena, okay. Ich wollte eigentlich jetzt eine Pause machen. Also ich habe es vielleicht mitgekriegt, vielleicht noch nicht. Ich habe mich nach der ersten Folge verabschiedet und dann lange Zeit nicht mehr. Ich wollte jetzt eigentlich ein Päuschen machen, aber ich glaube, ich nehme noch eine Folge auf. Hauptsächlich, weil das gerade so, ja, das Ende ist so doof. Ja, also, wir sehen das Brettspiel in der nächsten Folge. Einfach nur, weil ich jetzt mal einmal ein ganz, 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 ganz kleines Päuschen mache und wir nehmen noch ein Folgchen auf. Also, bis gleich und vielen Dank fürs Zusehen natürlich und bis dann. Ciao. Euer Christian Platt